Endlich geht's weiter! So, weiter geht's! Sorry für meinen Hund im Hintergrund! Und zwar habe ich einen neuen Charakter und zwar Carlos! Cupcake! Ich bin auf den Jumpscare gespannt, aber erst mal Pizze! Endlich wieder Five Nights and Flappies! Jeder hat aufs Spiel gewartet, jetzt kommt das auch! War das ganz leer? Nein, nicht einfach! Oh, ist gut! Also, sieht ein bisschen chaotisch aus, aber ich möchte mal hören, wenn der Fang ganz weit oben runterfällt! Okay! Alles klar! Alles klar! Wie ist noch was aufgefallen? Das zeige ich! Was zeige ich euch jetzt? Also hier, hüpfte immer nur seine Augen hier auf! Oh, und na, das ist hier auch so! Wenn ich rauftippe, wow! Und, kann Pizze überspringen? Wow, hätte ich jetzt nicht gewusst! Das ist mein Boy! Das ist mein Boy! Was passiert manchmal dort? Sofort! Ich habe mir... Leute, das wird der letzte Part nicht! Aber wenn das jeden Part so weitergeht, dann werde ich dieses Letzte Part beenden! Oh, ich sehe gerade! Der Boden ganz da unten ist einfach nur ein hingeklettes Bild! Der bewegt sich gar nicht auf, wenn ich immer gedacht habe! Ich wollte gerade sagen, wenn ich noch einmal sterbe, wäre ich diesen Tag! Wow! Wow! Nein! Ciao Leute!